Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest im Haus von Licht und Schatten anzunehmen bei Erzmacher Khadgav in Dalavan, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest nun an und darf mich in die Ordenssale der Hexenmeister begeben. Wie ihr seht, habe ich die Träne von Elune mitbekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich Warsawa durchgequestet habe oder nicht. Auf jeden Fall habe ich sie hier automatisch mitbekommen. So. Darf mich nun zu diesem Punkt begeben. Hier darf ich das Herz des Lichts mit der rechten Maustaste anklicken. Das ist an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Klicke es also an. Habt keine Angst, sterbliches Wesen. Euer Bewusstsein wurde zu meiner astralen Präsenz in den großen, dunklen Weiten projiziert. Ich bin Sera, eine der ersten Nahrung, die hier während der großen Ordnung geformt wurden. Im Streben nach Antworten kommt ihr zur Wiege aller Schaffung. Nun denn, hört meine Worte und findet Erleuchtung. Vor langer Zeit trugte er eine gewaltige Schlacht, die das Schicksal aller Welten entscheiden sollte. In jener letzten Schlacht unterlag das allmächtige Pantheon den dunklen Titanen Sageras. Nach dem Fall der Titanen gab es niemanden mehr, der sich Sageras Willen hätte entgegenstellen können. Es folgte ein brennender Kreuzzug, im Zuge dessen er und seine brennende Legion zahllose Welten auslöschten. Aus der Asche jener zerstörten Welten erhoben sich Überlebende, um den Dämonen die Stirn zu bieten. Die Armee des Lichts war geboren. Doch nun steht diese Armee am Rand der Vernichtung. Ihr Fallzug auf Argus wird bald ein blutiges Ende nehmen. Wenn sie fällt, wird die Legion erneut einen brennenden Kreuzzug ausrufen und der Kosmos wird in seinen Grundfesten erzittern. Die Suche nach dem Kind von Licht und Schatten hat mich hierher geführt. Diesem Jungen ist es bestimmt, die Ära der Dämonen zu beenden. Es ist jener, den ihr Illidan Stirnbrennen nennt. Ja, das zerstört stark an die Magier-Quests. Da ist es genau dasselbe. Ich werde aber dennoch die komplette Questreihe als Sechsenmeister aufnehmen. Ich befinde mich nun hier in Dalaran. Ich sollte gleich aufwachen, jetzt. Nun darf ich mich zu die violette Zitadelle begeben. Und die Quest ist dann bei Erzmerkjahr Khadkar abzugeben. In Dalaran. In dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschau.